so diesmal habe ich was ganz ganz cooles für euch und zwar haben diese duels of the planeswalker sind die eigentlich die booster immer in so einem papier hier gekommen face a greater challenge why not bring a friend along corsair 2013 juli 2012 find your next challenge friday night magic geht friday night magic ihr leute magic celebration return to rafnika das alt ja duels of the planeswalker 2013 habe ich jetzt hier noch mal ich will das musste nicht kaputt machen ausgeht auf so jetzt hier das paper wollte ich nicht kaputt machen warum auch immer das ist tatsächlich echt hübsch zeichnen kaputt hast ja es sieht jetzt aus wie es fast offen aber es ist noch nicht ganz offen das booster also machen wir es mal ich weiß nicht was er macht sinn dass auch hier die karten da drin sind die vorne drauf sind allerdings hat er glaube ich kein special artwork und er ist nicht voll und hat auch diesen fiesen strich nicht oh mein gott meine gebete wir haben den vampire nocturnus aus m5 m 13 natürlich m 13 für drei schwarze ein farbloses 3 3 spielt man bei der obersten karte seine bibliothek offen und solange die oberste karte schwarz ist kriegen er und alle anderen vampire plus 2 plus 1 und fliegen dann ist er vier meiner fünf vier das war damals eine der teuersten karten im ganzen set deswegen war dieses du so planeswalker 2013 garantiert auch für die playstation 3 ein großer erfolg weil der hat alleine arsch viel geld gekostet so gucken wir uns weiter chandra's fury für ein rotes vier farblose fügen wir vier schaden der kreatur zu und ein schaden an dem besitzer dieser kreatur macht halt gar nichts rancor oh mein gott das ist ein gutes poster für ein grünes kriegte kreatur plus 2 plus 0 als enchantment und hat trampel und wenn rancor auf dem feld auf dem friedhof geht kriegen wir aus dem friedhof wieder auf die hand und captains call 4 mana wir kriegen 3 1 1 soldier token wir danken entrancer 4 mana 1 4 tappen und ein spieler der wahlbild 2 karten und ready to play face to face corset intro packs your friday night destination join the magic community join him join us hii hi hoi x x x x x x x x x